Ich habe das im Internet gesehen, was er macht und das ist genauso ein berufsbekloppter Wege. Ich liebe diesen Mann, ich habe ihn noch nie gesehen, also persönlich, heute Abend ist er da. Er macht jetzt hier eine Darbietung und ich würde euch bitten, zu Hause jetzt und auch hier, wenn ihr nach Hause kommt, Brecheisen holen, weil das ist ja sehr spät. Geht zu Karstadt, brecht da ein, haut die Scheiben kaputt, geht in die CD-Abteilung, nehmt euch 20 CDs von diesem Mann, der gleich kommt. Aber natürlich nicht klauen, sondern ihr geht dann in eine Kasse und liegt dann von den 20 CDs, Moment, ich muss die Gedanken noch ausführen. Von den 20 CDs liegt ihr Geld neben der Kasse. Und dann schreibt ihr noch einen Zettel, dann schreibt ihr rauf, Danke, PS, ich sammel keine Payback-Punkte.